Ready? Dann in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokemon HeartGoldSoulSilver, der SoulingChallenge. Mit einem guten Blub zusammen. Moin. Ich habe es komplett aufgesagt. Nicht falsch. Ich bin sehr stolz auf mich. Genial. Hör auf mich anzurufen. Ich habe noch einen Kampf, den ich gerade geskippt habe, den mache ich jetzt noch vor der Höhle. Und dann gehe ich in die Höhle. Ah, die gute alte Höhle. Die haben die EXP mit. EXP? Ich spekuliere ja auf ein paar Items, genau, oder? Ist schon was. Oh, okay. Lasho King. Okay. Was ist Lasho King anfällig? Warst du auf Psycho, ne? Lasho King? Oh, shit. Oh, nein. Was bist du anfällig? Warst du auf Psycho, oder? Es geht halt schon wieder los, ey. Ja, warst du auf Psycho, also Elektro. Verdammt. Wie komme ich denn? Nein! Da, ich brauche deine Hilfe. Was? Was? Es ist ein Rutschrätsel. Ach, wieder ein Rutschrätsel. Ich bin gleich da. Moment, ich muss noch ganz kurz diesen Kampf hier machen. Scheiße. Gib mir eine Sekunde. Warte mal. Äh... So. So. Und so. Scheiße. So. Und jetzt so. Und jetzt so. Bäm. Alter. Und wieder am Anfang. Ich bin der König der... Hier ist ein Item. Das ist super. Ähm. Nein. So. Der erste ist besiegt. Was können wir als nächstes? Ich will... Ich will das Item haben. Oh, Timon. Aufgestiegen. Level. Cool. Ha. Na, das wird kein Level. Oh, hier gibt's Waterfall. Die HM. Das ist sogar wichtig. Ja, die brauchen wir. Ein Darkrai. Warte mal. Äh. Moment. Ich hab kein Geist-Pokémon mehr. Das ist jetzt Unlucky. Wieso hast du denn keinen Geist-Pokémon mehr? Weil es wegen dir gestorben ist. Wow. Wow. Gut. Alles klar. Ach, kommt, wer ist? Mir auch froh. Warte. Kampf-Käfer-Fee hab ich nicht. Fee wird schwierig hier. Ja. Elektro ist normal. Dann kann ich eigentlich im Kampf bleiben. Mach jetzt kein großer Alter an Darkrai. Ja, Darkrai ist belastend. Disable. Nein, du disablest jetzt nicht. Discharge. Ich hasse dich. Oh nein. Ein Stärke-Rätsel. Wollte mich jetzt komplett verarschen. Oh. Mit, äh, Steine hin und her schieben und so Gedingens. Paint Attack. Er pusht sich aber nicht. Ja, das ist okay. Er hat sich selber paralysiert. Hat der Lappen. Ach, schön. Der Lappen. Thunderpunch. Na, das tut weh, ne? Wie er so aussieht, ey. Ja, komm, jetzt schieb. Warte mal, ich muss nach da schieben. Dann hier rüber. Dann alter. Schieb den Wal. Schieb den Wal. Was? Das krieg ich doch niemals hin, ey. Okay, warte. Ich muss online mal gucken. Ich bin doch nicht in der Höhle. Ich will auch gucken. Ich will es auch wissen. Ich bin auch neugierig. Level up. Sehr nice. 39. Perig. Dann muss ich ja gar nicht so viel leveln, ne? Das ist echt gut. Das passt. Ja, das ist gut, ne? Ja, das ist gut. Erspare ich mir sehr viel Levellei. Boah, ey. Das wird die erste Zone Link, wo wir dann alle acht Orten haben. Boah, wird das super. Ähm. Ich geh schwer davon aus, dass ich mich kriegen. Scheiße. Das geht überhaupt nicht so, was ich hier mache. Dann musst du rausgehen, als du da wieder reingehen. Dann ist wieder alles resettet. Doch, warte mal. Boah. Boah. Geh jetzt nicht erst zurück. Ich werde jetzt mal kurz in die Tasche gucken. Man. Ähm. Okay, das hätten wir gelöst. Wie mache ich denn das da oben, ey? Du hast probably schon deine Hilfe bei den Rätseln. Äh. Ich bin so ein Rätseln. Ach, komm. So, ich lass mal Tyrant. In erster Stelle gleich mal. Wie machen wir das denn hier am besten? Ich könnte es bis dahin hochschieben, aber dann ist halt Ende. Hä? Warte mal, ich hab doch. Warte mal. Ich könnte es bis hierhin hochschieben, aber dann ist doch Ende. Moment. Schieben wir erst mal. Ja. Vielleicht kommen wir ja hier rum nochmal. So. Jetzt hab ich ein bisschen meine Ruhe. Ich hab Max Repel ja gehabt. So. Wo muss ich rutschen? Wie muss? Also einmal so rutschen. Das ist ja noch easy hier. Das ist ja noch kein Ding. Will dieses Spiel mich komplett... What? Wie soll ich das denn? Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm. Ich kann den hier hinschieben? Okay. Das erste Rätsel wird chillig. Hä? Moment. Der soll hier rein, oder? Ich mach erst mal das hier. Ich komm hier oben nämlich wieder zurück. Hey, wie kriegt man das Item? Lass mich erraten. Das Item krieg ich jetzt noch gar nicht. Dann muss ich erst eine Etage hoch und einen Stein runter schmeißen. Ich weiß nicht, welches Item du meinst. Gleich in der ersten Ebene unten. Wo der eine Typ oben steht und das Item anguckt. Äh. Meinst du das auf dem Hügel oder das, was da oben liegt? Ach nee, ich komm da ran. Nee, ich komm da ran. Ja, ich weiß wie. Ja. Gut gesehen. So. Das Item ist HM Waterfall. Das soll, glaub ich, hier rein. Brauchen wir das Item jetzt schon? Brauchen wir das hier drinnen schon? Ich weiß es nicht. Ich glaub, der muss hier oben rein tatsächlich. Hi. Ich bin hier hart hart am Struggle ein bisschen. Naja, ich weiß gar nicht, was er fälle hoch. Wird sehr wichtig, wenn wir dann nach... ...wollern. Einmal nach unten in die Etage. Etage tiefer. So. Oh Gott. Wie war das Rätsel mit den Steinen schieben? Nach ganz unten brauchen wir jetzt noch nicht gehen. So. Gut. Wie machen wir das denn jetzt? Den könnte ich hier hinschieben. Kann man hier lang gehen? Ja. Okay, das sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Ach ja. Eis- und Stein-Rätsel ist nicht herrlich. Hallig. Ich glaub, ich weiß, wieso dieser Ort nicht so ganz beliebt ist. Bei den Leuten. Hier, der erste Stein ist unten. Lass mich gucken, wie das. So, easy. Zack. Stein-Rätsel gelöst. Ja, Stein-Rätsel hast du? Bin da noch dabei. Also ich hab in jedes Loch einen Stein geschoben. Ich weiß so nicht, ob ich jetzt irgendwo runtersprungen muss. Oder ob ich die Leiter nehmen muss. Hier Pokémon, die mich angreifen. Der Stein-Rätsel eben, ne? Okay. Oh shit. Hieran erinnere ich mich. Da hab ich jemandem im Pro geholfen. Aber glaubst du, ich weiß doch, wie das jetzt geht. Oh ja, das Rätsel. Ich erinnere mich. Hä, Moment. Aber wie kommen wir denn zu diesem einen Ort? Oh nein. Oh, ein Gwenbull. Oh lol. Interesse dran. Nice. Okay. Okay. Holzkohle. Ja, wenn ich jetzt noch eine Feuerpokémon hätte. Wie komm ich denn? Warte mal. Jawoll. Ein Aufwecker. Danke schön. So, wie hab ich das jetzt gerade gemacht. Nein. Oh Gott. Wie komm ich denn zu diesem Item-Himmel? Oh nein. Nein. Ja, müsste passen. Ich brauch ein Rocksmash. Oh, Ladybar. Ladybar, Ladybar. Belastend. Müssen wir Rocksmash haben, um weiterzukommen? Nee, aber ich hätt gern das Item, was hier ist. Belastend. So, jetzt mach ich den Stein da rein. Und dann müsste ich alle Steine schon wieder da. Dann müsste es schon passen, das Rätsel. Ja, müsste hinhauen. Schei... Ach doch, doch. Rocksmash war ja einer rein. Und wie? Und muss ich jetzt durch ein Loch runterspringen oder muss ich die Treppe nehmen? Also ich hab die Leiter genommen. Ansonsten komm ich halt da hin, wo die Steine sind. Deswegen hab ich die Leiter genommen? Fragezeichen. Du liegst... Du lehnt alles, glaub ich, irgendwo daneben. Aber gut, ich bin jetzt hier. Wo die Le... Wo ich... Okay, wo muss ich... Wie muss ich starten? Unten rutschen? Ja. Gibt's auch zwei Items wieder? Gut, ich bin in der Mitte, aber da will ich ja noch nicht hin. Ähm... Ähm... Ah, das ist eigentlich nicht gut. Das möchte ich eigentlich nicht viel drauf haben. Okay, ich weiß, wie ich das andere Item bekomme. Okay, ich hab X Attack bekommen. Danke, Spiel. So, jetzt hol ich mir das Item. Wem bricht jetzt Rocksmash bei? Burnheal, okay. Äh... Was kann ich hier auch nicht machen? Ja, komm, dann geb ich's erstmal Nido. Boah, ich hoffe... Ich versau Nido King grad so'n bisschen, weil ich ihm den ganzen HMs gebe, aber was soll ich machen, ey? Okay, ich geh jetzt noch in die Tasche tiefer. Wieder in die Tasche tiefer. Hallo. Hab ich noch ein Pokémon mit Rocksmash? Stehst du auch gerade? Nein, hab ich nicht gerade, warte mal. Da muss ich mal gucken. Rocksmash. Wehe, das ist jetzt ein Fail und da hinten gibt's einen offenen Zugang. Dann schreie ich. Dem könnte ich's nicht überbeibringen. Nur mal rein hypothetisch. All. Dieses miese Dreckspiel. Du brauchst dich, Rocksmash. Ich hasse es. Ich hasse dieses... Dieses Spiel. Dieses miese, kleine, dreckige, haarige Dreckspiel. Hä? Moment, aber... Man kann da hinten rumlaufen, ja, stimmt. Moment, aber... Wir haben doch jetzt ein Item quasi... Wie kommt man denn zu dem anderen Item dann hin? Wäre wieder hochzugehen, glaube ich. Ich weiß, welches du meinst. Ja, ein Cidra King Wildes. Ja, dat hätt ich auch gerne gehabt, ey. Das ist halt so Knuttenluft. Wow. Okay. Waterstone. Ein Wasserstein, hey. Brauch ich nicht, aber cool. Oder hab ich ein Pokémon? Nee, hab ich nicht. Hab ich ein Pokémon dafür? Nee, hab ich eigentlich nicht. Ein Tacher, hallo. Hä? Was ist das denn hier? Wie soll ich denn dat machen, bitte? Ich weiß nicht. Run away. Äh. Hä? Wie soll ich denn... Ach so. Ja, klar. Nächste Etage. Das ist eine ganz schöne Denkfolge, ey. DM 82. Sleep Talk. Schlafräder. Okay. Oh, eine Tasche höher. Oh. Nein. Ach Gott. Hariyama. Hallo, Hariyama. Dich hab ich schon. Hariyama mit oben. Ja, ich hab auch ein Legging Tail. Äh. Jetzt muss ich kurz gucken, wie mach ich das jetzt? Ah. Hier ist das Eitel, was ich meine. Deepsea Scale. Oh, hier ist ein Kimono Girl. Äh. Ich geh wieder zurück, weil das ist dann der Ausgang wahrscheinlich. Und guck mir noch die andere Richtung an. Gibt's jetzt irgendwo zwei Richtungen gleich? Also, wenn du die Leiter wieder hoch gehst, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Deswegen geh ich da erstmal rechts weiter. Also, ich bin noch nirgendwo, wo es rechts weiter ginge. Na doch, du hast, glaube ich, eigentlich das gesagt, was beschrieben hat, wo ich gerade auch langgegangen bin. Wo du meintest, du gehst jetzt wieder nach oben. Ich bin eine Reiter hochgegangen. Und dann ist hier so eine Eisfläche, wo nochmal ein verstecktes Item ist, wo ich mit einem Stein nochmal was machen muss. Das ist der richtige Weg. Und ich geh jetzt gerade noch andersrum. Ja, aber es gibt doch irgendwie einen anderen Weg. Ja doch, äh, da rechts ist, ist, ist noch ein Item zumindestens. Ja gut, es ist kein, 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 kein richtiger Weg. Aber da, da ist halt noch ein Item. Also, wieder, wieder, meinst du wieder eins runter? Call meint. Okay, dann hast du das wahrscheinlich schon, weil du hast immer auch was von der TM gesagt. Ja gut, das hab ich dann schon. Dann geh ich jetzt hier eins hoch. Jetzt hab ich das andere Item hier oben noch, genau. Kalzium gefunden. Ein Kalzium. Dann speichere ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal. Wenn ich ein Item jetzt gefunden hab. Dann müsste ich jetzt eigentlich gleich rauskommen schon. Ja, ich speichere gerade bei dem, bei dem Kimono Girl. Ja, ich bin hier auch genau im Kimono Girl. Kimono Girl. Muss man das reinkatschen? Kimo, Mo, Girl. Warte mal. Wo ist ein Item? Ich würde das Item haben. Wo ist ein Item? Kimono Girl, gib mir dein Item. Äh, nein, was? Was? Äh, wie komm, hä? Wie komm ich denn? Hi, Kimono Girl. Ich rede jetzt einfach mit dem Kimono Girl. Kämpfen willst du nicht, oder? Ich hoffe mal nicht, ich rede auch mit dir. Ich vermute, sie steht mir im Weg. Nach dem Arena-Leiter können wir gegen die ja auch noch kämpfen, ne? Would you push my back? Äh, okay. Ich schubst dich, ja. Dann rutschst du weiter, oder? Hui, okay. Hey, wie hast du es geschafft, dass du dort feststehst, bitte? Ich will das Item haben. Ich auch. Ich überlege gerade, wie. Ich auch. Ach, ich weiß wie. Hä? Da, da. Hm, so, hab's. Hä? Warte, 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 warte. Ey, wie denn? Warte, so, warte, ich muss, ich muss da ran. Wie komm ich denn? Hä, das geht doch überhaupt nicht. Ich muss da hin. Okay, bin raus. Ähm, du musst links hoch in die Ecke, an den großen Spitzensteinen, von links ran, nach unten, rüber und runter. Okay, war doch recht einfach. Noch ein Spell-Tag, ja, Mensch, ey. Bin draußen. Oh, Luft, Freiheit. Bin ich hier gerade in den Trainerkampf rein? Hm. Hallo. Ich speichere, bevor ich da rauskriege. How are you going to ice pub? Oh, ne, die ist, ne, ne, okay, die will. Die sagt nur, ah, ihr seid dort ruhig, krass. Okay, wir sind im nächsten Dorf. Hallo, Dorf. 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 Das. Hier ist ein, hier ist ein, oh, Pokémon-Center. Hallo, Pokémon-Center. Nudel erstmal das Pokémon-Center. Müssten wir jetzt nicht in so eine Höhle gehen erstmal, bevor wir das überhaupt, äh, war dann hier irgendwas. Weiß es nicht mehr. Weißt du? Hinter der Arena ist, das ist dann ja noch eine Höhle gewesen. Mit Drachen und Pokémon. Dachte, da wäre was. Also, wir müssen ein Ast rein. Ja, äh, rennt die da nicht später hin, weil sie uns in Ordnung gehen will oder so? Ich dachte, andersrum, wir müssen die Ast holen von Dorf. Weiß es gerade nicht mehr. Okay, erstmal nochmal speichern. Alles sieht super aus, alles perfekt bis jetzt. Nice. Lief doch bis jetzt ganz gut. Ich gehe erstmal ins Pokémon-Center. Ich auch. Eilen und speichern. Und rede doch mit den Leuten. Ich spekuliere aber noch auf einen Donnerstein. Ah, hier gibt es den, 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 den Mufi-Learner scheinbar irgendwo. Das ist sehr gut. So. Na, hier ist der Mufi-Learner, ne? Da wollen wir ja aber nicht hin. Na, vielleicht später vor, vor den Topf hier, aber jetzt noch nicht. Ansonsten kriegt dadurch diese ganzen HMs nicht mehr weg, ey. Oh, diese kleinen Wiese hier unten nicht. Warte mal, wenn wir hier runter gehen, sind wir auf Route 45. Das ist ein Encounter. Ja. Gibt es hier Gras? Ne, also in der Stadt nicht. Ich gucke halt, ob hier versteckte iPhones rumliegen. Ah, hier. Ne, und unter der Stadt ist Route 45. Das ist ein Neuencounter. Achso. Willst du den jetzt holen, oder willst du erstmal hier in der Stadt rumgucken? Wir können erstmal in der Stadt rumgucken. Ich wollte nur gucken, ob das quasi der Fall ist. Ich meine, bei der Arena steht jemand. In die Arena, das wollen wir ja auch nicht, ne? Ne. Die in die Arena wollen wir mit Sicherheit noch nicht kämpfen. Wir könnten uns die Vortrainer angucken. Es steht jemand direkt vor der Arena mit dem Redeschmarrn. Ne, die ist da drin. Die wartet auf uns. Du hast doch recht. Ich glaube, die rennt dann raus in die Höhle rein. Das ist die Frage. Die können wir jetzt noch nicht machen. Man muss doch noch den Encounter holen und dann leveln kurz. Wir haben ja auch nicht mal die Vortrainer uns angeguckt. Ich weiß nicht, ob die welche hat. Ja, hallo? Die hat voll viele eigentlich. Äh, bist du schon reingegangen? Ich geh jetzt grad mal rein. Geh auch mal rein? Ja, die hat so viele Vortrainer, ey. Ach Gott, hier war das mit dem. Ich erinnere mich. Oh Gott. Alter. Dragon-Typ Pokémon, das stimmt ja jetzt hier nicht mehr. Wollen wir einen Vortrainer machen? Oder was denkst du? Ja, was wollen wir sonst machen? Oder wir holen uns einen Encounter. Aber dann ist die Frage, was machen wir in der nächsten Folge? Ja, leveln? Dann schon leveln? Nicht erst Vortrainer und dann leveln? Oder... Ist halt schwierig, weil das reicht dann nicht für eine ganze Folge, glaube ich mal. Meinst du, die sind dann hier so... Wie wenn die vier, fünf Trainer stehen? Wollen wir jetzt mal einen Vortrainer machen? Ja, okay. Mal gucken. Ich hab Angst ein bisschen. Was hab ich denn da vorne ran? Ich hab vorne ran Tyron. Lol. Gutes? Hä? Oh Gott. War's? Was ist denn? Rätsel? Alter. Das Rätsel ist... Okay, ich kämpfe hier den ersten Vortrainer. Ich auch. Das Rätsel ist für mich schwer. Links rüber einmal drehen, rechts rüber. Hier ist es für mich voll schwer. Drei Pokémon. Kick da. Level 35, okay. Das zieht schon an. Boah, ein Radikal. Hätte ich jetzt Wasser, wäre das natürlich super, aber... Böse. Böse Radikal. Böse. Ganz böse. Ich hätte wechseln sollen. Ne, ist okay. Ich wollte halt Tyron ein bisschen leveln. Okay, hat gepasst. Ist okay, ist okay. Ist okay. Böses Radikal. Ich wechsle. Larvitar. Da wechsle ich jetzt auch. Zwischen Wasser... Das darf nicht wahr sein. Was? Das hat super Zahn. Ungeil. Ungeil. 35. Surfer. Mach's gut. Perfekt. Das Radikal macht mir extremste Probleme. Nicht so schön. Geflogen könnte sterben. Nein, bitte nicht. Das wäre katastrophal. Ja, wenn es halt nochmal... Okay, das macht Quatsch. Das dürfte nicht so viel abziehen wie... Ja, okay. Das die Nebulak. Bitte nicht flinschen. Okay. Boah, Alter. Der haut aber gleich einen raus, ey. Mit Radikal? Radikal ist böse. Fucker Punch. Gastrodon, oh nein. Perfekt. Okay, der erste ist bei mir... Gastrodon ist Bodenwasser, oder? Soll ich gucken? Ja. Moment. Gastrodon? Wie man spricht? Ja. Gastrodon... ...ist Wasserboden, ja. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ich habe den ersten besiegt. Ich gehe erstmal wieder raus. Ich habe mir das angeguckt. Das kann sehr lange dauern bei mir. Sehr, sehr lange. Dann schicke ich mal ein Bodenwasser rein. Okay, das ist schon mal... Der erste ist schon mal besiegt. Das ist schon mal gut. Während Blubb noch am Kämpfen ist, gehe ich hier nochmal nach Pokémon Center und gucke mir das Angebot der hiesigen Händler an. Erstmal kurz hier, dann Markt... Markt stöbern. Ja, natürlich, ey. Was denn? Oh Gott, ja, das kann lange dauern. Ja, das kann sehr, sehr lange dauern. Sagst du so oft und dann so Bäm, fertig? Nö, das dauert sehr lange. Das Gastrodon ist ein Tank. Ich weiß nicht, ob ich mit Surfer jetzt das... Oh, das war ein Crit, oder? Nee, das war kein Crit. Oh, Mudbomb, okay. Ja, ne. Jo, ha, 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 ha. Was hast du denn so Schönes? Alter. Antidots brauche ich eigentlich nicht... Ja, das Gastrodon tötet Alter! Ich muss wechseln. Mein Nächster ist fast gerade gestorben. Hätte er gekrittet, wäre es tot. Was ist gerade beinahe gestorben? Holy moly. Was wäre beinahe jetzt gerade gestorben? Das, was mit Despotat zusammen ist. Nein! Nein, bitte nicht! Ich tu mir das nicht an. Mein Teil und... Nein! Bitte nicht! Ich tu mir jetzt von allen fünf. Also fünf Rettungsheiler, Eis-Heiler. Ich tu mir jetzt alles mal schön. Para-Heiler kann man ruhig zehn dabei haben. Das ist okay. Okay. Nächster ist fast tot. Ja, herrlich. Bin ich jetzt nicht so geil. Möchte ich ablehnen. Möchte ich reklamieren. Bin ich nicht so gut. Können zurückfliegen nach Kurt und noch das holen. Ist ja auch nicht verkehrt. Da könnte ich noch die Kurve verlassen. Dann schmeich aber freundlich, dass du wieder am Bug bist. Ja, natürlich, 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 natürlich. Kannst du mal Bullshit machen, bitte? Oder nicht treffen. Das, das mach ich auch sehr gerne. Das zählt unter Bullshit, würde ich sagen. Oh, komm ey, bitte. Das muss jetzt reichen, ey. Nein, das reicht nicht. Aber er trifft wir ja nicht. Boah, Alter. Benke noch. Der Vortreter geht schnell. La, 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 la. So. Kugelwelle brauche ich eigentlich nicht kaufen. Aber den Receive brauche ich auch nicht. Ähm. Eine Mieze-Katze kommt zum Schluss. Okay. Eine Mieze-Katze? Was für eine Mieze-Katze? Ein Glamion. Ein Glamion. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Nee, dafür gebe ich jetzt viel Geld aus. Nee, mach ich nicht. Alter. Warte mal, ich kann noch was verkaufen. Ich habe gerade dieses X-Attack und so Zeugs bekommen, ne? Das ist schon was wert. Ich möchte ganz schnell jetzt ins Pokémon-Center. Ganz, ganz schnell, wenn ich bitten darf. Wie komme ich zurück? Ich will zurück. Wo ist das? Ist das hier mit drin oder wo ist das drin? Ist das hier? Wo ist X-Attack? Ach. Wie raus? Wie raus? Alter. Bier. Ja, das bringt nicht viel Geld, da brauche ich es nicht verkaufen. Das lohnt nicht. Ja, ich würde sagen, das soll es dann noch für die Folge gewesen sein, oder? Ja, finde ich auch. Wir sind quasi da, auch wenn wir noch einen Encounter haben. Theoretisch in der Stadt selber ja auch noch, ne? Man kann ja da oben angeln. Wo kann man... Ja, stimmt, da können wir angeln. Was siehst du, wir können in der nächsten Folge noch zwei Encounter holen. Zwei Encounter und Vorträne. Ja, hast du gut zu tun, ne? Ja. In Pokémon gibt es immer gut zu tun. Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und dann mal noch zwei Encounter holen. Genau. Also bis dahin, tschüss. Tschau.